Ahoi und willkommen zurück zu einer neuen Folge an einer alten Baustelle. Wir haben in der letzten Folge reichlich Sand gefarmt und brauchen einen Reconnect. Wir haben reichlich Sand gefarmt, sodass wir unsere 640 Crafting Storages bauen können. Und das werden wir diese Folge angehen. Allerdings braucht dieses Rezept stolze, ich habe es mir aufgeschrieben, 962.193 Bytes. Um das mit 64k Crafting Storages aufzurechnen, benötigen wir etwas über 15 Crafting Storages. Nur für dieses eine dusselige Rezept. So, das wären soweit die 15. 64, ich habe nämlich einen nachcraften lassen. Einer müsste noch in der Pipeline sein, denn sonst geht das Ganze nicht auf. Das heißt, das hier ist schon der krasse Computer, den wir brauchen, um die anderen erstmal craften zu können. Crafting Job. Also, ich hatte mehr bestellt, dachte ich, glaube ich. 64, ja, dann craft mal noch einen, komm, aber zügig. No Prozessors, ach, natürlich. Wir haben ja im Moment gar keinen Prozessor. Klar, deswegen hat das nicht funktioniert. Ich bin so blöd. Craft mal einen, bitte. Schnell, Start. Wie lange soll das noch dauern? Das fehlt mir so ein bisschen. Das ist in der neuen Version von AE. Dass hier oben die Zeit angezeigt wird. Das fände ich noch ausgesprochen cool. Na, die hier dran und die drei hier ebenfalls dran. Eins, zwei, drei. Und jetzt haben wir unseren dicken Prozessor, mit dem wir unsere große Bestellung machen können. Jetzt werden wir zuerst nochmal 64k, davon fünf bestellen. Einfach damit, während dieser eine Crafting-Prozess läuft, wir einen weiteren starten können, überhaupt. Damit wir irgendwas anderes noch bestellen können. Damit unsere Crafting Cards zuverlässig versorgt werden, etc. Das ist alles super wichtig. Denn wir haben ja jetzt unsere drei ursprünglichen Prozessoren alle zusammengefasst und noch vergrößert. Damit dieses System überhaupt unsere Bestellung abcraften kann. Mit unseren, ich wiederhole nochmal, 962.193 benötigten Bytes. Das ist schon eine krasse Bestellung. Wir gucken mal, 64k. Das dauert noch einen Moment. 33 printed sind, sind im Moment im Crafting-Prozess. Genau, hier, die sind scheduled, weil die natürlich noch nicht fertig sind. Wenn die gestort sind, dann müssten die jetzt gleich hier fertig werden. Und sobald die hier fertig sind, dürfte das Ganze ratzfatz gehen. Jetzt warten wir noch auf die Logic-Prozessoren und die Calculation. Und jetzt geht es gleich ruckzuck, weil die ganzen anderen Prozesse gehen alle über die Molecular Assembler und die sind super schnell. 20 davon noch, wir fangen schon mal an. 64k. Einer fehlt nämlich nur noch. Und Co-Prozessoren. Davon craften wir auch nochmal 5. In der Hoffnung, dass der Prozess jetzt fertig ist. Jo, ist er. Dann nochmal 64k. Da ist der eine Prozessor, den wir noch brauchen. Und dann hängen wir hier nochmal einen solchen Computer dran, wie wir ihn vorher schon mal hatten. Co-Prozessor, da sind schon unsere 5. Und dann... Oh! Werden wir gekickt. Und dann können wir unsere Riesenbestellung nämlich aufgeben. Und da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Also das werden wir in den nächsten Folgen noch nicht sehen, weil ich, wie gesagt, das nicht offscreen laufen lassen kann. Weil ich die Folgen momentan am Stück produziere. Deswegen auch, wenn es in der letzten Folge nicht so aussah, ein paar kürzere Folgen jetzt. 64k. Krasse Bestellung. Wir wollen davon 640. Und jetzt habe ich mich verrechnet oder nicht? Wir können es bestellen. Der Start-Button ist freigeschaltet. Wir drücken auf den Start-Button in 3, 2, 1. Es werden dafür 70.000 Sandstone verbraucht. 70.000. Richtig krass. Und das sind nur so wenig, in Anführungszeichen, wenig. Weil wir natürlich auch Sand mitgefarmt haben, während wir in der letzten Folge Sandstone abgebaut haben. Ich reiße hier schon mal dieses Koppelkonstrukt runter, denn das brauchen wir ja eigentlich nicht mehr, nachdem wir die Mob-Farm gebaut haben, die ein wenig wohl zu klein geraten ist. Wir dürfen die nicht unbeaufsichtig laufen lassen. Muss ja auch nicht. Wir brauchen die ja eigentlich immer nur anstellen, wenn wir irgendeinen Mob-Drop brauchen. Und das ist momentan eigentlich echt nicht der Fall. Deswegen würde ich mal sagen, kann die auch erstmal, bis wir sie brauchen, da rumstehen. Das Problem war, dass wir hier über 6.000 Endermen wohl wieder rumfliegen hatten, die dann wohl alle irgendwie außerhalb meiner Farm gespawnt sind. So wurde mir zumindest zugetragen vom Fizzes. Die hat der Kampfroboter dann wohl alle entfernt. Not abgeschaltet. Aber zum Glück musste er ja nichts kaputt machen. Die Farm steht nach wie vor. Das Ganze ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und seitdem habe ich sie eigentlich auch immer nur zwischendurch mal wieder kurz angemacht. Und hatte auch irgendwie keinen richtigen Grund. Immer nur, wenn ich immer in der Nähe war, habe ich sie mal angestellt. Also eigentlich brauche ich sie im Moment nicht. Es kommt natürlich darauf an, was wir noch für Mobs so finden, die eventuell interessante Drops geben. Einen Slime hätte ich ehrlich gesagt ganz gerne. Weil sowas brauchen wir immer mal wieder. Slime. Und das ist echt Mangelware. Trotzdem, weil wir alles irgendwie haben, kein Slime. Und das ist ein bisschen ärgerlich. So, das prickeln wir mal noch weg hier. Den auch. Ah, der ist natürlich im Hopper gelandet. Den Hopper braucht ja auch keiner mehr. Und weil ich die Seele nicht verlieren will, einmal eine Dolly. Ja, das habt ihr euch so gedacht, ne? Alles geht gar nicht. Ja gut, dann müssen wir die Geschichte doch abbauen. Denn, äh, wir müssen es ja irgendwie hier wegbekommen. Aber gar kein Problem, denn wir haben ja noch genügend, genügend, äh, Souls. Von Blazes. Das hier auch ein sehr schönes Teil, das jetzt umziehen darf. Und zwar direkt in Verbindung mit einem Sound-Muffler. Wobei, die bauen wir einfach neu und stellen die da oben daneben. Okay. Der hier, ach ja, die haben wir eigentlich genug. Dann kommt hier rein, dieses, dieses und dieses und. So. Wie gesagt, wir hatten noch welche. Das wusste ich schon vorher. Und dann sind die Blazes auch umgezogen. Ähm, tut mir leid, dass es die Folgen etwas kürzer sind. Also, die letzte nicht. Aber diese wieder, ähm, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Aber kann ja sein, dass ihr zwischendurch neu dazuschaltet. Ich muss jede Menge vorproduzieren. Und weiß nicht, ob ich das Ganze noch rechtzeitig hochgeladen kriege. Also, danke, oh, danke fürs Zuschauen. Äh, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Tschüss.